Guten Tag Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Sonne und Mond Video. Heute werden wir so ein bisschen in die Richtung Theorie gehen, aber auch mit viel Gameplay, weswegen das Ganze eher lässiger sein wird, ohne viel rumgeschneide und hast du nicht gesehen. Das heutige Video soll so ein bisschen die Karte von Alola behandeln, denn wir haben vor einigen Monaten, also bevor das Spiel schon rauskam, die Karte von Alola zu sehen bekommen und dort konnten wir auch, ja ich sag mal, alles in schärfstem Detail sehen, also man konnte ranzoomen bis zum Gehtnichtmehr, man konnte alles noch super gut erkennen und auch konnte man das Hano Hano Resort, in welchem wir uns gerade hier befinden, erkennen. Und rechts neben dem Hano Hano Resort ist so ein länglicher grüner Streifen, ja so eine Art Feld und wenn man sich damit genauer beschäftigt, weiß man, dass es eigentlich ein Golf, ja so ein Golffels, so eine Golfstrecke sein soll. Und das Problem ist nur, also man kann das hier auch im Spiel sehen, wie man hier sehen kann auf der Karte rechts, also ja unter dem rechten Auge von Roche kann man das sehen. Ja da ist nämlich diese Strecke, ist dort auch abgebildet. Das Problem ist nur, man kommt da nicht hin, also das ist halt so ein Gebiet, das man zwar sehen kann, was auch relativ groß ist, wie ich finde, aber nicht betreten kann, warum auch immer. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen, was da sein könnte, warum wir da nicht hinkommen. Ja, der Hintergrund dazu so ein bisschen auch noch, so Kontext und sowas. Und ja Leute, aber dafür gehen wir erstmal zum Hano Hano Hotel und ich würde sagen, wir gucken uns mal hier so ein bisschen um erstmal. Hier haben wir auf jeden Fall, ja diesen Strand, sag ich mal, und hier haben wir auch, also man sieht auch gar nicht, was da hinten ist, also man kann da nur halt hier diese Streifen da sehen, links bisschen, aber mehr kann man auch nicht sehen, ne, komisch irgendwie, gut. Okay Leute, dann gehen wir mal ins Hotel rein, denn im Hotel ist ein Charakter, der uns eventuell, naja, wobei man kann das hier so ein bisschen sehen, glaube ich, ja, bisschen aber nur, denn dort ist ein Charakter, der uns eventuell so ein bisschen helfen kann dazu. Und da gehen wir mal hin am besten. Und zwar, diesen Charakter kennen wir jetzt sogar auch noch, und zwar dieser hier. Diese nette Lady, die kennen wir schon von der Top 4, falls ihr schon dort wart. Und ich würde sagen, wir reden mal auch mit ihr. Shizune, was machst du denn in meinem Haus? Haus, also okay. Das ist die Kahili und wir sind anscheinend in ihrem Haus, wie sie sagt. Haus, also ja, schönes, großes Haus hier. In deinem Haus, Fragezeichen. Das Hano-Hano-Resort gehört meinem Papa, weißt du, wie dem auch sei. Also ein bisschen abgehoben ist sie, glaube ich, schon. Also nicht abgehoben, aber ich glaube, sie hat schon ein bisschen nur das Angebergen in sich. Du bist doch der Champ, nicht wahr? Du wirst doch sicher jeden Tag trainieren. Äh, natürlich. Von deinem Champ habe ich auch nichts anderes erwartet. Das ist eine vorbildliche Einstellung. Ich selbst bin ja in der Golf-Weltrangliste recht weit oben mit dabei. Tägliches Training gehört für mich also einfach dazu. Ich kann nur empfehlen, jeden Tag zu trainieren, auch wenn es nur ein bisschen ist. Hier, das ist für dich. Vielleicht hilft dir das ja, in noch höheres Ferien vorzustoßen. Und damit kriegen wir auch bizarro Raum, Leute. Äh, war auch nicht dafür, war nicht absichtlich eigentlich. Also, okay, Dankeschön dafür. Unter Flug-Pokémon gibt es doch viele Vertreter mit hoher Initiative, nicht wahr? Darum nutze ich beim Trainieren, nee, beim Training gerne bizarro Raum, um mir so ein Handicamp aufzuerlegen. Das drückt nämlich dafür, dass langsame Pokémon zuerst angreifen. Okay, gut. Äh, 10 Stunden Training, na gut, dann war viel Spaß, Kahili, ne? So, okay, Leute, gut. Das war die Kahili und wir konnten erfahren, dass das hier ihr Resort ist, oder? Besser gesagt, das Resort ihres Vaters. Sie ist dann quasi der, ja, die Hotelerbin, sage ich mal so. Und gut, was haben wir erfahren, Leute? Wir haben erfahren, dass sie Golf spielt. Sie ist, ja, die ist relativ, ja, ich sag mal, berühmt darin oder halt auch bekannt und erfolgreich. Und, ja, Leute, Golfspielerin, es ist ihr Resort und Golfstrecke. Was kann man damit quasi ungefähr so, ich sag mal, äh, Schlussfolge an? Ja, klar, dass das Ding quasi ihr gehört. Also, sie nutzt das vielleicht als Privatanlage, darin zu spielen. Die Frage ist nur, warum kann man da nicht hingehen? Kann man hier rechts oder so da vielleicht eine Tür dazu finden? Ich glaube nicht, nee. Sollte man nicht können. Äh, sagen die mir noch was dazu? Okay. Alles klar, das ist, glaube ich, auch, ja. Nee, hier ist, glaube ich, nicht mehr dazu. Gut, Leute. Ja, das Problem ist jetzt, wir kommen da nicht hin. Aber, wir könnten trotzdem ein bisschen spekulieren. Wir wissen, ist Kahili die Top-4-Mitgliedin. Mitgliedin? Mitgliedin? Ja, ich glaube, das ist richtig. Und sie ist eben halt die Erbin vom Hano-Hano-Resort und eine Golfspielerin. Und das sind auch die einzigen Infos, die wir haben. Aber wir können damit schon viel anfangen. Also, wir wissen auf jeden Fall, dass Kahili die einzige aus der Top-4 ist, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Wir haben Hala schon gesehen. Wir haben, ähm, ja, die nette Lady gesehen. Die, die schwarze, genau. Namen fällt nicht ein, verdammt. Und wir haben auch Lola gesehen. Das Problem ist nur, wir haben, äh, Kahili noch gar nicht gesehen. Und was mich da so ein bisschen stutzig macht, ist halt die Tatsache, warum jemand, der wirklich total random ist eigentlich, in der Top-4 ist. Wir können damit zwar quasi so, ja, ich sag mal, jetzt spekulieren. Aber es könnte ja gut sein, dass zuvor diese Golfanlage Teil der Story war. Dennoch aus irgendwelchen Gründen aus dem Spiel rausgeschnitten wurde. Weil ich meine, so ein Riesenort, das dauert ja schon bestimmt ein Stück, das alles einzurichten in der Karte und sowas. Und, ähm, halt auch in der Overworld-Map und sowas. Also, es war schon ein bisschen, also, ich kann mir vorstellen, dass es halt auf jeden Fall schon geplant war. Aber dennoch aus irgendwelchen Gründen auch immer rausgeschnitten wurde. Ich kann mir auch vorstellen, dass eventuell dann Kahili in dieser Story, also in der Story, bevor wir zur Liga gehen, Antreffer wäre, auch in diesem Resort oder in diesem Golfkurs. Was jedoch dann halt durch diesen Cut auch rausgeschnitten wurde, weswegen wir Kahili nie gesehen haben. Das heißt quasi, dass Kahili eigentlich auch als Story-Charakter eingeplant war, aus irgendwelchen Gründen aber entfernt wurde. Das kann dennoch nicht heißen, dass, also, es kann trotzdem jetzt heißen für uns, dass wir sie vielleicht in Zukunft, vielleicht durch ein Event oder sowas, dort hingehen können. Kann alles sein. Was ich mir auch vorstellen kann, natürlich, ist, dass wir in den nächsten Pokémon-Spielen zu Alola, welche ja relativ, ähm, ja, bestätigt sind. Also, Pokémon Stars ist zwar noch ein Gerücht, aber man kann davon ausgehen auf jeden Fall. Ich meine, wegen den ganzen, ähm, HD-Modellen und sowas unter anderem. Kann dann schon ausgehen, dass Stars passieren wird. Also, das heißt quasi, dass wir vielleicht Kahili in Pokémon Stars in der Story antreffen können. Vielleicht auch im Golfkurs und dort vielleicht irgendwas machen müssen. Vielleicht auch irgendwie so eine Insel, ähm, ja, Inselwanderschaft oder sowas dazu. Dort auch absolvieren können. Weil sie war ja auch selber, glaube ich, äh, eine Absolventin der Inselwanderschaft. Deswegen kann ich mir davor stellen, dass sie vielleicht auch zum Insel-Käpt'n wird und man vielleicht in diesem Golfkurs irgendein Minispiel zum Golf bezogen machen kann. Weil Golfspieler waren ja, glaube ich, zum ersten Mal jetzt in Pokémon Sonne und Mond. Und, ähm, ja, das wäre halt schon so eine coole Idee eigentlich. Weil, ich meine, Hano-Hano-Resort sieht schon sehr bonsig aus. Und, äh, Golfspieler sind ja auch relativ, äh, sehr dicke Portemonnaie. Deswegen kann das alles ein bisschen Sinn machen, dass wir dann vielleicht hier im Hano-Hano-Resort ein bisschen Story erleben und dort vielleicht auf eine Wanderschaft gehen müssen in den nächsten Pokémon Spielen. Wäre auf jeden Fall eine ganz coole Idee oder ein ganz cooler Gedanke an sich. Und es würde auch erklären, warum jetzt gerade dieser Golfkurs für uns nicht besuchbar ist. Es kann ja auch sein, dass vielleicht dann zu viel Story im Spiel war. Ja, das Problem war ja oft bei Pokémon Sonne und Mond, dass die da zu viel reingepackt haben. Und deswegen auch an manchen Stellen hier und da, äh, auch in den Kämpfen vor allem, äh, ja, die Spiele geleckt haben. Also, man hat schon viele Sachen entfernt, damit, damit das Spiel einigermaßen flüssig läuft. Also, die Mega-Entwicklung, denke ich mal, einigermaßen runtergestuft. Und auf jeden Fall diese, äh, Pokémon-Sprites, die in einem Herlaufen, die gab's ja auch vorher. Also, die gab's ja auch im Spiel geplant und sowas. Aber die sieht man ja gar nicht hier. Ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall einiges hier rausgeschnitten wurde. Unter anderem vielleicht auch dieser Golfkurs, weil vielleicht dachten die sich, ja, okay, Kahili, vielleicht nicht so interessant für die Story. Weswegen diese hier mal rausschneiden. Und demnach auch dieser Ort, den man nicht besuchen kann, auch rausgeschnitten wurde, Leute. Das sind so meine Gedanken dazu. So meine, äh, ja, Spekulat... Spekulatien, was? Spekulatius. Ja, meine Spekulierungen, sag ich mal so, dazu. Und ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt, was eure Ideen sind. Oder, ja, ähnliches. Was auch immer. Aber wie dem auch sei, Leute. Das war's fürs heutige Video. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr das Video gerne positiv bewerten. Darauf würde ich mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und auf Wiedersehen.